Salut et fraternité, citoyen, les spectateurs und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War und wir kämpfen gerade gegen die Mameluken. Die wollen nämlich Kairo wieder zurückerobern und haben dafür ihre beste Armee aufgestellt und in der Tat sind die Truppen da gar nicht so schlecht, die sie dabei haben. Sie haben immerhin fünf Einheiten Asaren, hunderte Reichweite, nicht so ganz einfach, eher so Freischärler, leichte Infanterie mit einer Einheit leichter Kavallerie, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Und wir haben keine Artillerie dabei im Gegensatz zu den Mameluken, die hier mit zweimal neunfünder Fußartillerie aufwarten. Das wird gar nicht so einfach, aber ich denke, wir werden uns ja halbwegs gut verteidigen können. Wir müssen mal gucken, wie wir uns positionieren. Wir haben ja auch noch Verstärkungstruppen, die dazukommen. Also Napoleon ist ja hier derjenige, der angegriffen wird und Clébert, der wird dazustoßen und Napoleon den Rücken stärken, sagen wir mal. Ich glaube auch, dass die leichte Infanterie vor dem Gefecht diese komischen Pfähle aufstellen kann. Das heißt, wir sollten mal aufpassen mit möglichen Kavallerieverlusten. Ja, also das könnte in der Tat ein bisschen knifflig werden. Ich schlage vor, dass wir uns so positionieren, dass er uns nicht gut mit seiner Artillerie treffen kann. Da sieht mir diese Ecke hier ganz gut aus, denn dann müsste er ja schon bergauf schießen und das kann er eigentlich nicht machen. Ach ja, genau. Ich habe also nochmal recherchiert zu der leichten Infanterie. Ich mache nochmal hier dieses Verhalten der leichten Infanterie an. Es ist also folgendes. Wir haben da ja auch ganz am Anfang ein bisschen drüber gesprochen. Wenn man das Verhalten der leichten Infanterie aktiviert, dann ist die leichte Infanterie für gegnerische Einheiten nicht mehr so einfach zu treffen, denn wenn sie nachladen, ducken sie sich beispielsweise. Sie ducken sich auch beim Schießen, also sie sind dann nicht mehr so leicht zu treffen und sie haben auch eher so eine lockere Formation. Das Problem besteht allerdings darin, dass sobald die Einheiten getroffen werden, dass sie dann wieder aufstehen und das ist dann problematisch, wenn beispielsweise die Linie dahinter steht, wie das jetzt halt auch so gerade bei uns der Fall jetzt ist, dann stehen die Einheiten alle auf und die Linie ballert halt voll rein. Deswegen denke ich, sollte man wirklich mal gucken, dass man hier vielleicht sogar den Plänkelmodus aktiviert, dass die Einheiten zurückweichen, wobei ich das noch nie gemacht habe. Also ich habe keine Ahnung, wie die Einheiten da zurückweichen werden. Wir probieren es jetzt mal aus und wir positionieren uns eben hier drüben. Ich schaue nochmal ganz kurz. Er dürfte eigentlich keine Möglichkeit haben, uns hier mit seiner Artillerie zu treffen. Ist eigentlich unmöglich. Zumindest so lange seine Artillerie hier unten steht. Wir schauen mal gerade. Also ich habe es auch schon gesehen, dass die AI mit den Dingern schießt wie mit einem Mörser, aber das kann er hier definitiv mal vergessen. Also er muss schon irgendwie hier durchstoßen. Und dann ist er schon bei uns in Feuerreichweite. So, dann kriegen wir Verstärkung. Wir schauen mal gerade, wo sie auftauchen. Glücklicherweise jetzt hier in der Nähe. Wunderbar. Hat schon jetzt irgendjemand geschossen oder was? Wir müssen mit den Einheiten hier ein bisschen aufpassen, denn... Ähm... Seine Truppen sind natürlich viel besser an das Wüstenklima angepasst als unsere. Die Linie werden wir hier drüben aufstellen. Und auf wen schießt der jetzt bitte? Ich glaube, er hat auch noch nichts getroffen, wenn ich das richtig sehe. Und die andere Einheit ziehen wir hier rüber. Nicht dein Ernst, ne? Also unglaublich, dass da... Aber okay, gut. Ach ja, eine Stadtmiliz haben wir ja auch noch dabei. Äh, ja. Stadtmiliz habe ich natürlich nur äußerst ungerne auf der Flanke. Deswegen stelle ich die mal hier hin. Vielleicht so ein bisschen... Vielleicht kann ich die irgendwie als Meat Shield benutzen. Dann stelle ich mir die eine mal hier rüber. Ich denke, wir benutzen die als Meat Shield. Und dann machen wir... Dann machen wir mal das. Der Review Game X ist ja dafür bekannt gewesen. Im Form von Strategiezone, meine ich mal. Zumindest hat er ja auch von dieser Taktik gesprochen, dass man die Fernkämpfe ganz gut gewinnen kann, wenn man die hunderte Reichweiten-Einheiten mit den normalen 80er-Reichweiten-Einheiten, sind es glaube ich, ne, mischt. Also das heißt hier mit der leichten Infanterie und der Linien-Infanterie. Dann gehen wir hier schon mal in Position. Dann machen wir die Front mal gerade ein bisschen breiter. Ach so, ja. Ich könnte aber trotzdem Vollgas geben. Fällt mir gerade ein. Sonst dauert das nämlich so lange, bis die Einheiten kommen. Da ist wieder der Ballon, den Napoleon nie benutzt hat. Aber wir haben ja Kleber dabei, der... Oh, ich mache mal dann doch ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, ob er auf Dauer mit seinen Azaren meinem Infanteriefeuer standhält. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall hier schnell machen. Bevor das hier noch eine Katastrophe gibt. Ich kann ja leider nicht gucken. Schade, mich würde der Wert der Azaren noch mal ein bisschen genau interessieren. Das wäre jetzt bestimmt nicht schlecht gewesen. Schauen wir mal. Also er ist mit der Kavallerie noch hier hinten geblieben. Bewachter, also die... Bewachter, also die Artillerie. Oder ist das vielleicht gar nicht so schlecht? So, dann können wir jetzt eigentlich mal... Ja, ich mache die Pause mal wieder aus. Ich wollte ja eh ein bisschen weniger Pause benutzen. Dann können wir jetzt mal hier gerade die Flanke umklappen. Ja, shit, da habe ich jetzt genau im falschen Moment abgebrochen. Na, egal. Aber ist okay. Ich glaube, wir können... Wir müssen hier aufpassen. Ja, da ist schon so Pflöcke aufgepflanzt. Wie das geht, weiß ich noch nicht genau. Aber ich denke mal, das wird sich später noch zeigen. Da müssen wir aber mit unserer Kavallerie drauf achten. Und die hier muss jetzt ganz schnell ins Karree. Und dann sollten wir hier mal ganz kurz versuchen, seine Kav abzufangen. Mit unserem Chasseur. Die anderen... Chasseur stellen wir mal hier drüben hin. Ah ja, Tatsache. Tatsache, Tatsache. Oh fuck, das ist natürlich nicht so gut, ne? Moment. Ich schieße mal auf die. Wir schicken mal noch die Dragone hinterher. Napoleon muss hier rüber. Du kannst mal auf die schießen. Okay, jetzt können wir mit den Dragonern wieder raus. Und ihr könnt nochmal auf die schießen. Wir müssen ins Karree, denke ich. Das ist für den Nahkampfeffekt besser. Das hier ist zu spät. Das ist aber auch eine Linie. Ich schicke mir gegen die Azaren. Ich will jetzt hier nach Möglichkeit Kollateralschäden vermeiden. Deswegen gehe ich jetzt hier mit allen Einheiten in den Nahkampf. Okay, ich glaube, da drüben habe ich seine Einheiten aufreiben können. Komm, hier einmal in den Rücken. Na, das sieht ganz gut aus. Das ist mein General. Mal hier Push. Äh, nein. Nein, nein, nicht schießen. Ich bin schon in den Nahkampf, bitte. Feindlicher General getötet. Wunderbar. Okay, was ist das da hinten jetzt? Das ist seine Artillerie. Dann sollten wir die doch noch schnell verfolgen, denke ich. Ja, das stimmt. Das waren die Einheiten, die wir vorhin verfolgt haben. Oh, 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 oh. Moment halt. Stopp, stopp, stopp. Ja, ja, ich weiß. Ich sehe es. Ihr geht mal direkt ins Karree. Das wird zu spät sein, denke ich. Das hat, glaube ich, noch so... Äh, nicht mehr ganz so geklappt. Okay. So, ihr bleibt jetzt einfach mal da stehen. Ich will nämlich nicht, dass... Ja, ganz genau. Da haben wir es halt schon perfekt gemacht. Dumme Einheiten for the win. Hier sind sie schon in die Pflöcke reingerannt beim Verfolgen. Perfekt. Guckst du eine Sekunde lang nicht hin, wirst du sofort bestraft, indem deine Einheiten einfach stupide irgendwen verfolgen und selbst Mord an diesen dämlichen Pfählen von der Infanterie begehen. Ah, lecko mio, ey, wirklich. Also, naja, okay, gut, wenn sie eigentlich schon... Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Aber die da schaffen wir noch. Na, komm. Jetzt habe ich hier wie viel Dragona verloren? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Es ist halt bescheuert, ne? Weil ich will... Das ist ja schon der Unterschied hier, so wie ich spiele zu einer Online-Schlacht jetzt beispielsweise. Äh, ich spiele ja eigentlich schon auf minimale Verluste. Und möchte natürlich... so wenig Einheiten wie irgendwie möglich verlieren. Hier könnte man aus dem Carré raus. Dann gehen wir nämlich mal gerade hier rüber und dann können wir da noch seine Artillerie abfangen. Na, komm, da greifen wir jetzt mal an. Das Auto fahren wir mal aus. Äh, ja, weil... man muss hier wirklich auf die Verluste bei seinen Einheiten achten. Man kann die Einheiten ja nicht so einfach fortbilden, wie beispielsweise bei Rome Total War. Ach ja, genau. Ich reibe da seine Artillerie komplett auf und auf einmal kriegt der einen Moralbonus, oder was? Naja, okay, gut von mir aus. Ich bin hier nicht hier, um zu urteilen. Sensationell. Machen wir den Nahkampfmodus nochmal aus. Ich muss darauf achten, dass er die Artillerie nicht dreht und auf meine Pferde schießt. Also da gehört doch auch Mut zu als Artillerist, oder? So direkt. Auf den Berg zu stehen. Ach, das seht ihr, alles klar. Dann greift ihr jetzt an. Na komm, jetzt haben wir sie gebrochen, ne? Okay, perfekt. Das war's. So, ich brauch mal ein kurzes Schlachtfazit, aber ich muss mir erstmal die Einheiten angucken. Wo hab ich jetzt Verluste gehabt und wo weniger? Ach so, in dem Moment halt halt, ja, Gefecht abbrechen. Knapper Sieg, natürlich. Ja, ja, war ultra knapp. Also, ich hätte das beinahe verloren. Habt ihr ja gesehen. Ne. Das ist einfach, das war einfach so blöd, dass ich mit den Dragonern nicht aufgepasst habe. Ei, 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 ei. 71 Mann verbleibend. Dann müssen wir den also nochmal jagen. Weil wir müssen diese Rebellen, ja, komplett vernichten, damit wir die Belohnung kriegen. Also, wir müssen diese Armee vernichten. Und der zieht sich jetzt bestimmt irgendwie in die Wüste zurück, oder so. Napoleon Bonaparte aufgestellt, 117, 117, 117, 117, getötet, 224, 267. Meine Fresse, ey. Schauen wir mal rein. Dragona, Verluste 18. Ja, einfach nur, weil die da reingeritten sind, ne. Linienfüße-Liga 51. Ja, wobei das, ja, das, Linienfüße-Liga 57. Also gut, ich finde, wir haben ja schon gegen eine erfahrene Armee gekämpft. Plänkler mit einem Reichweitenvorteil und so. Also ich glaube, ansonsten waren die Verluste okay. Das mit den Dragonern war halt schlecht, ne. Aber gut, okay. Dann schauen wir mal, was da jetzt draus zaubert. Ja, genau, zieh dich schön in die Wüste zurück. Am besten kommst du dann danach mit einer vollen Armee wieder zurück. Lassen wir ihn einfach kommen, ne. Also, weil... Upsala. Das ist ja jetzt natürlich nicht so, nicht so cool für uns. Ich habe also zumindest mal eigentlich keine Lust, hier jetzt ihn mit Napoleon zu jagen. Denn Napoleon, der soll mir ja eigentlich Zypern erobern. Und der Napoleon, der braucht eigentlich frische Truppen. Aber nicht diese Miliz hier. Ich glaube, ich muss mir das hier gleich nochmal... Ich muss mir das hier, glaube ich, nochmal angucken. Achso, ich mache gerade einen Quick-Safe hier, bevor... Bevor hier irgendwas abkackt oder so. Das wäre natürlich nicht so geil. 3500 Kröten haben wir. Gut, hier ist bald unsere neue Linie fertig. Dann haben wir drei neue Liniensoldaten. Wir bauen ja momentan hier oben... Hier bauen wir doch schon das Nachschublager aus, oder? Wo war denn das? Das war doch irgendwo hier, ne? Nachschubposten plus acht. Sechs Runden dauert das Teil. Wenn ich mit Napoleon da hochrenne, brauche ich aber, glaube ich, nur zwei Runden, ne? Ja, ich brauche nur zwei Runden, bis ich da bin. Das ist aber natürlich schon ganz gut, wegen dieser... Ähm... Auffrischungsrate für die Einheiten. Ich kann ja nicht mit so einer angeschlagenen Armee da rumgammeln. Lass mich mal überlegen. Also wenn ich Zypern angreifen will, brauche ich definitiv eine volle Armee. Ich finde es aber auch auf der anderen Seite ganz cool, wenn Kleber so ein paar leichte Infanterieeinheiten dabei hat. Aber was Kleber definitiv braucht, ist die Kaff, weil sonst... Wird das schwieriger, hier Einheiten der Mameluken aufzureiben. Ich gebe Kleber... Also ich würde jetzt gerne mit Napoleon mal demnächst so Richtung Zypern aufbrechen. Ich gebe Kleber die Kavallerie. Und ich gebe Kleber, damit er da gleich noch weiter kann. Ne, ich gebe ihm jetzt sonst nichts mehr an Einheiten mit. Er hat zweimal die... Er bräuchte vielleicht noch eine Linie. Haben wir eine Linie mit wenig Erfahrung? Ne? Ich würde schon gerne so ein bisschen erfahrenere Truppen halt mitnehmen. Und die Artillerie brauchen wir halt natürlich, wenn wir gegen die Briten kämpfen wollen. Also komm, dann machen wir das so. Dann holt der Napoleon mal wieder die Artillerie ab. Gut. Und bevor ich... Ich habe es jetzt nicht ganz so... Wobei Suez sollten wir vielleicht noch holen, ne? Das war übrigens kein Plan, den Napoleon selbst hatte, sondern eigentlich eher ein Auftrag, den ihm das Direktorium gegeben hatte. Es war eigentlich so gedacht, dass Napoleon in Suez mit 15.000 Mann einschifft, um dann den Aufstand von Tipu Sahib in Indien zu unterstützen. Das hat aber nicht so ganz geklappt, als Napoleon nämlich 1798 dann tatsächlich in Suez ankam. Im Dezember war das übrigens. Dezember 1798 kam er in Suez an, hat er erstens nicht genügend Schiffe vorgefunden und zweitens war Tipu Sahib schon gestürzt worden. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Wir sollten dann übrigens auch gucken, dass wir noch bald das Feldlager fertig haben. Rekrutieren wir dann noch zwei, drei Linieneinheiten hier unten, dann haben wir hier eine sehr schöne schlagkräftige Armee. Die Frage ist jetzt noch, wo platzieren wir Napoleon? Er hat auch hier momentan, jetzt gerade in der Provinz, das ist also Mansoura, hat er momentan eine sehr gute Einheitenerholungsrate. Noch besser als vorhin in der Nähe von Kairo. Die Landgewinnung sollten wir auch noch ausbauen. Das Coole ist halt, die bringt halt Kohle und verbessert die Verstärkungsrate. Und wir bauen ja momentan die drei Linieninfanterieeinheiten. Dann lassen wir den Nachschub mal weg, oder? Ach, lasst mich mal überlegen, das ist echt nicht so einfach. In der nächsten Runde kriege ich ja nochmal einen Finanzbonus, wenn ich den Typen hier aufreibe. Und das müsste eigentlich auch, das müsste prinzipiell jetzt schon gehen. Ich kann halt nur nicht sagen, ob ich dann nochmal zurückkomme. Also ich muss ja aus der Wüste wieder raus, sonst kriege ich ja Einheitenverschleiß reingedrückt. Aber wir versuchen es mal. Wir versuchen das mal. Wir nehmen die Kavallerieeinheiten mit. Und die eine Einheit hier. Also so würde er mir vorschlagen zu laufen. Dann habe ich definitiv nicht mehr genug Bewegungspunkte. Nein, kann ich nicht machen. Ich will nicht mit denen in der Wüste stehen. Da verschenke ich einfach nur wertvolle Ressourcen. Gucken wir mal gerade uns nochmal hier die Missionen an. Was haben wir also nochmal? Nicosia, Freiboxen. Jaffa erobern. Und den Kairoer Aufstand niederschlagen. Das machen wir aber wie gesagt erst nächste Runde. Ah ja. Okay. Ende Dezember 1800. Da haben wir noch genug Zeit. Wie viel Geld machen wir momentan? 3610. Das ist gut. Das ist sehr gut. Forsche noch zwei Runden hier dran. Und dann kriegen wir auch nochmal mehr Städte. Städtebonus. Also hier, ihr wisst was ich meine. Städtewohlstand. Und weißt du was? Ich stelle mich mal. Ich habe so ein ganz blödes Gefühl gerade, dass mir halt hier irgendwas passieren könnte. Deswegen bleiben wir mal so in der Nähe. Und dann profitieren wir hier noch von der guten Verstärkungsrate. Das Doofe war, dass ich jetzt hier oben die Einheiten so blöd platziert hatte. Ach nee, guck mal da. Dann gehen wir mit denen mal nach Damiet rein. Das ist doch mal noch ganz nett hier. Wie viele Armeen können wir uns hier leisten? Also eine Armee sollten wir wahrscheinlich schon noch nach Süden schicken. Kleber halt eben mit einer Artillerieeinheit. Und dann mit Dessai hier vorne aufräumen vielleicht. Das hieß ja aber, ich müsste hier wieder eine Milizeinheit rekrutieren. Naja, das können wir uns ja immer noch überlegen. Aber das Gute ist, wenn wir die Linieninfanterie von Dessai ansonsten übernehmen, zusammen mit den Liniengranadieren. Dann haben wir eine Fullstack-Armee. Und dann können wir uns mal überlegen, ob wir schon Zypern angreifen. Also ich glaube, das ist nicht so schlecht, denke ich. Okay, gucken wir uns die nächste Runde an. Ach, da war ja noch mal ein Ergän. Stimmt, den habe ich ja ganz vergessen. Ja, das ist natürlich wichtig, dass der hier ein bisschen aufklärt. Dass der da ein bisschen aufklärt. Also sag mal, die sind echt so größenwahnsinnig. Ja klar, da randaliert der noch ein bisschen. Ja, ja, natürlich. Warum nicht, ne? Ai, 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 ai. Mhm. Sue sollen wir auch noch einnehmen. Naja, 2000 Franken immerhin dafür. Dann guck mal kurz, was ist denn da so gebacken? Ja, das könnte noch ein bisschen anstrengend werden, ne? Sollen wir dann noch Suez erobern, bevor wir Richtung Zypern fahren? Ich bin schon wieder so größenwahnsinnig. Ja, reparier das mal. Die 90 gebe ich gerne aus. Dann wird ja wahrscheinlich hier der Idiot mit seinen Truppen versuchen, hier irgendwo zu landen. Aber ich habe ja hier meine Linieninfanterie gekriegt. Was hat er denn dabei? Okay. Er hat fünfmal Scotland Yard dabei. Dann machen wir das ein bisschen anders. Dann gibt es mir wieder die Kaff. Fünf Einheiten gegen fünf Einheiten. Ist die Frage, würde er auch hier angreifen? Hm, 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 hm. Okay, wir machen das so. Wir nehmen Dessert zusammen mit den Chasseur mal gerade hier rüber. Hm, 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 hm. Und dann machen wir doch noch ganz kurz hier unten. Die Mamelukenplatt, die libyschen Beduinen. Und danach die Burschen hier. Ich müsste ja da dann über die Brücke wieder zurück können, ne? Ähm, ich greife aber jetzt zuerst ihn hier an. Äh, ich mache einen Quick Save. Weil wenn mir danach wieder zwei Bewegungspunkte fehlen, dann kotze ich am Strahl. Ja, das mache ich, das muss ich jetzt selbst machen. Denn wenn ich das DAI entscheiden lasse, dann haut der mir nochmal mit ein paar Einheiten ab. Und dann gucke ich wieder in die Röhre. Das ist, das ist irgendwie ziemlich doof sonst. Und da habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf. Ich schlage mal vor, dass wir an der Stelle noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der für euch offenbar besonders wichtig war. Denn das haben gleich mehrere gefragt. Ähm, dabei ging es um die Frage, wenn doch so ein Land wie Frankreich, das nach der Revolution und auch schon während der Revolution und auch schon vor der Revolution so arg in Bedrängnis war, Dass es also finanzielle Schwierigkeiten hatte, insgesamt wirtschaftliche Schwierigkeiten wie Arbeitslosigkeit, Verteuerung von Lebensmitteln, dass es außerdem noch militärische Probleme hatte. Wie konnte dann so ein Land gegen so mächtige Verbündete wie Preußen, Österreich und England überhaupt bestehen? Und wie konnte dieses Land sich nachher überhaupt dann sogar noch dazu aufschwingen, diese Länder überhaupt anzugreifen? Und das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, wo wir jetzt eigentlich viel, viel, viel weiter ausholen müssten. Denn das führt auf jeden Fall bis in die Anfänge der Revolution zurück. Das kann ich auch jetzt gar nicht alles so genau erklären. Ich mache es jetzt mal hier an dieser Stelle nur kurz, weil diese Schlacht hier relativ eindeutig ja verlaufen wird. Und jetzt will ich hier natürlich nicht das Ergebnis vorwegnehmen, aber ich möchte das trotzdem mal versuchen, ganz grob zu skizzieren und grob zu erklären, sodass euch hier vielleicht eine vorläufige und etwas verkürzte Antwort genügen kann. Das allererste ist, warum hat man überhaupt so einen Krieg gegen Preußen und Österreich riskiert? Ich meine, die Leute waren ja nicht wahnsinnig. Die werden ja gewusst haben, dass das gefährliche Verbündete sind. Der Krieg, den Frankreich gegen die anderen Länder führte, ist ganz, ganz eng verbunden mit diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Inneren Frankreichs. Und das ist auch ein Verhältnis, was sich nie wirklich so ganz gelöst hat. Das war immer ein ganz, ganz enger Zusammenhang. Und jetzt muss man natürlich erst mal überlegen, warum führt man Krieg gegen Österreich? Nun ja, Österreich ist halt eben der Ort, wo die ganzen Verbündeten des Königs hingeflohen sind oder die ganzen Angehörigen der Königsfamilie. Und wenn man sich von dem König wirklich verabschieden will, dann muss man hingehen und Österreich ausschalten, damit Österreich sich nicht zum Vorkämpfer einer Gegenrevolution aufschwingen kann. Das war so eine Grundüberlegung, die viele jakobinische Abgeordnete eben teilten. Ein Name, der in dem Zusammenhang immer wieder vorkommt, ist Brissot, ist relativ wichtig. Auf den kann ich jetzt nicht genau eingehen, weil das sonst zu weit führt. Die Tatsache, dass man dann auch überlegt hat, Krieg gegen Preußen zu führen, hatte was mit dem Ultimatum und der Deklaration eben von Pilnitz zu tun. Dass also Preußen quasi den Franzosen die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, wenn hier dem König auch nur ein A gegrümmt wird und wenn er nicht sofort wieder in seine Funktionen als König und Monarch zurückversetzt wird und sein umfassender Schutz etc. garantiert wird, dann werden wir Paris angreifen und das hat natürlich auch den energischen Widerstand provoziert. Außerdem hat die ganze Sache noch eine militärhistorische Bedeutung, denn man war davon überzeugt, dass man genügend Freiwillige mobilisieren kann, um eben die Errungenschaften der Revolution zu retten. Das heißt, man setzte darauf, dass sich die Leute, die man zu den Waffen rief, auch mit dieser Revolution identifizierten. Das heißt, die haben eine andere Motivation als die riesigen Söldnerheere von Preußen und Österreich, die nur für Geld kämpfen. Die Franzosen sollten für ihre Freiheit kämpfen. Das hat einen sehr starken Ausschlag gegeben, dass man überhaupt auch so eine kriegerische Grundstimmung überhaupt mal erst mal entwickeln konnte, denn im Sinne der Aufklärung folgend wäre so ein Krieg was Verwerfliches gewesen. Es galt aber hier die Freiheit zu sichern und deswegen gelangte man tatsächlich zu so einer Art aggressiven kriegerischen Grundstimmung. Und ich lese jetzt mal eine ganz kurze Passage vor aus dem Buch von Hans-Ulrich Thamer, Die französische Revolution, steht alles in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das Buch mal kaufen wollt. Das kostet 9 Euro ungefähr aus dem Beck Verlag. Seite 66 folgende. Das zweite Konfliktfeld war der Krieg, also die Konflikte, die die Revolution prägten. Mit dem Tod des Königs gab es auch für außenpolitische Rücksichtnahme keinen Grund mehr. Am 1. Februar erklärte der Konvent England und den Niederlanden den Krieg. Der Konvent wähnte sich in seiner kriegerischen Grundstimmung sicher, dass er seinen Kreuzzug für die Freiheit mit dem unerschöpflichen Reservoir an Millionen von Freiwilligen führen konnte und hoffte darauf, mit dem Krieg die innere Zerrissenheit der Republik zu kitten. Das ist sehr wichtig, denn Frankreich war damals erstens eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt überhaupt. Es war das bevölkerungsreichste Land Europas. Und die Funktion des Krieges ist hier wichtig, um eben die Republik nach innen wieder zu stabilisieren, muss man diesen Krieg nach außen führen. Zudem hatten die ersten Monate der jungen Republik im Zeichen militärischer Erfolge gestanden. Frankreich hatte nämlich auch gute Generäle. Die französischen Truppen waren gegen Nizza und Savoyen vorgestoßen, hatten vom Elsass aus im Oktober 1792 Trier, Speyer, Worms und Mainz erobert. Von dort stießen sie im November in Belgien gegen die Österreicher vor, um dann im März 1793 eine verheerende Niederlage zu erleben. Ich hoffe, dass an der Stelle diese ganz kurze Erklärung hinreichen konnte, um mal so diese Frage anzuschneiden, warum so ein Land wie Frankreich sich überhaupt gegen die mächtigen Verbündeten behaupten konnten. Und wir werden darauf nochmal zu sprechen kommen. So, Kairoer Aufstand. Der Aufstand wurde niedergeschlagen und seine Anführer öffentlich hingerichtet. Ihr Besitz wurde konfisziert und sämtlichen Einwohnern Kairos wurde die Zahlung einer Strafe auferlegt. Auf diese Weise fühlen wir nicht nur unsere Schatzkammern, sondern werden auch daran erinnert, dass wir wachsam bleiben sollten, um weitere Revolten schon im Keim zu ersticken. Ja, genau, das ist das Problem gewesen eben bei Napoleon. Er hat halt die Kairoer Bevölkerung ziemlich geschröpft. Und, äh, ja, die Mission hatten wir doch schon, ne? Jetzt sollen wir so erst erobern. Ja, ist okay. Gut, äh, dann würde ich jetzt sagen, mache ich an der Stelle mal Schluss mit dem Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Es hat mir wieder Spaß gemacht, auch wenn ich heute ein bisschen gepennt habe beim Spielen. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sage, macht's gut bis dahin. Tschüss!